Heike aus Dillingen fragt, ich habe mir Ihre Internetseite angesehen. Was unterscheidet Ihre Schlafsysteme von einer guten Matratze? Hallo Heike, wie es der Name schon sagt, bei uns handelt es sich um ein Schlafsystem. Dieses besteht immer aus einer speziellen Ergonomiezone und einer darauf abgestimmten Matratze. Die Ergonomiezone leistet die eigentliche Arbeit, ob es die Federn von Relaxbetten oder die Lamellen von Pronatura System sind. Beide Systeme passen sich deinem Körper ganz individuell an. Sprich zum Beispiel im Schulterbereich oder im Beckenbereich kann dein Körper einsinken und im Lendenbereich erhält er Unterstützung. So liegst du optimal auf deinen Körper abgestimmt. Die Matratze sorgt für den Komfort im Bett. In der Regel sind unsere Matratzen von ihrer Struktur durchgängig und nicht in Zonen unterteilt. Auf diese Zonenbildung können wir dank unserer Ergonomiezone verzichten. Also nicht hunderte von Matratzen probieren, sondern wenige Systeme, die dir den optimalen Komfort im Bett bieten. Der große Vorteil, den ich noch nennen möchte, ist, dass sich unsere Systeme einstellen lassen. Wir verändern uns im Laufe der Zeit. Dein Schlafsystem wird dieser Tatsache gerecht, denn es kann sich den Veränderungen anpassen. So kannst du sicher sein, dass dein neues Schlafsystem nachhaltig mit hoher Qualität aus natürlichen Materialien für eine langen Nutzungsdauer steht. Deine Gesundheit wird es dir danken. Übrigens, wir können unsere Schlafsysteme in fast jedes Bett integrieren. Meine Mitarbeiter stehen für eine saubere Montage in deinem Schlafzimmer und wenn gewünscht, nehmen wir das alte Bettzeug auch mit und entsorgen dies. Unsere Schlafsysteme kannst du gerne in unserer Ausstellung ausprobieren. Einfach einen Termin buchen auf www.natürlichausgeschlafen.de. Wir freuen uns auf dich.